Da, wo du bist, ist bestimmt ganz schön. Ja. Unsere Stellung ist irgendwie nicht gut, ja? Nee, ich, ich, ja. Die war schon mal besser. Ich kann es auch nicht beschönigen. Es ist nicht gut gelaufen. Ich bin ein bisschen entspannter. Alles gut, ja, wir können ja immer wieder abwechseln. Ich glaube, du machst das beide wunderbar. Okay, also ich habe mir den ersten Gegner jetzt gesucht, weil er der allererste war, der getallenged hat. Deswegen, little Gary, auf geht's. Warte mal. Ah ja, du bist schwarz, ja? Ja. Springer, ich muss jetzt aufpassen, ja? Ja, genau. Ich habe immer noch nicht, wow, ich habe immer noch nicht gefunden, wie man den Twitch-Chat ausklappen kann, damit ich alles sehen kann. Okay. Läufer? König? Bauer? Springer? Spielst du diese Eröffnung überhaupt? Äh, ja, schon. Das ist gut, ja, Läufer? Aber Eröffnung ist ja, wie gesagt, immer schwierig. Du hattest zwei Wochen, um alles zu lernen dazwischen, ja? Es tut mir, es tut mir leid. Warst du fleißig? Anderweitig auf jeden Fall. Also ich habe ein bisschen was von der Uni gemacht, aber schachlich, ähm, war ich nicht ganz so fleißig. Ähm, Springer? Springer, okay. Ähm, so, was macht man hier jetzt? Weiß ich nicht genau, vielleicht den? Ja, wunderbar. Okay. Ähm, Läufer? Okay, da hängt doch bestimmt irgendwas. Springer? Und was hast du die letzten zwei Wochen gemacht? Ähm, ich habe, ich war in Rumänien. Mhm. Ähm, und, ähm, ich habe da gespielt. Nein, nicht gespielt, da hat Fabi gespielt und ich habe trainiert, Bauer. Ähm, und daraus wurde nichts Gutes. Hm, okay. Erzähl mal, was ist denn so passiert? Aber du sollst erst mal den Bauern ziehen, dann werde ich was erzählen. Ja, ich habe überlegt, E5 oder C5? E5 ist gut, ja. Also, nee, wir waren in Rumänien, alles war gut, die Reise war ein bisschen anstrengend, ähm, äh, Bauer. Äh, aber Fabi hat nicht gut gespielt, ja, und meine Arbeit ist dann nicht sehr, nicht sehr leicht, ja, wenn er nicht gut spielt. Mhm. Mhm. Und dann irgendwo muss ich das, äh, aus, es geht doch irgendwie, das ausklappen, damit ich das irgendwo sehe. Das hat früher immer funktioniert. Ich habe das einfach nur in einem anderen Tab offen, ähm, also über den Browser, aber ich weiß nicht so genau. Ähm, Tom? Also, wir sollen irgendwie nicht auf Zeit verlieren, ja? Ja, ähm, genau, da, da bin ich immer sehr anfällig für, deswegen, Vorsicht. Ähm, Tom? Turm, okay, äh. Du hast ja noch einen anderen, ja, genau, ja. Also, ich würde einfach ein paar schnelle Züge machen, ja, wenn du nichts dagegen machst. Okay, okay, einfach, ich mache jetzt einmal random irgendwelche Züge. Ja, Bauer? Bauer? Wir waren sowas von bereit, B5 zu spielen. Ja. Ja, E5 sieht auch echt nicht schön aus. Das hält auf D5, tut mir jetzt ein bisschen leid. Aber, okay, wir haben immer noch was mehr. Ähm, Bauer? Okay, dann mache ich jetzt den. Bauer? Bauer? Mmh, mmh. Alles in Ordnung. Springer? Okay, ich spiele einfach mal ein bisschen schneller jetzt. Ja. Im Chat ist noch nicht viel los, ja? Okay. Ähm, Dame? Also, Rumänien an sich war, 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 war ganz schön. Wir haben, ähm, was von Bucharest gesehen. Mhm. Bauer? Was hast du gemacht? Warst du fleißig beim Studieren? Tom? Genau. Ich habe, ich habe ein bisschen was für die, äh, für die Uni gemacht. Ah, weiß nicht. So. Ähm. Ähm, war auch viel zu Hause. Also, ich war eigentlich nur zu Hause. Gestern hat eine sehr gute Freundin von mir ihre mündliche Prüfung. Läufer? Läufer? Haben gemacht. Da war ich dann mal kurz unterwegs. Ähm, aber ansonsten, ja. Ich habe nicht so viel erlebt. Ich war leider nicht in Bucharest. Ja, wo du bist, ist bestimmt ganz schön. Ja. Unsere Stellen ist irgendwie nicht gut, ja? Nee, ich, 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 ja. Die war schon mal besser. Ich kann es auch nicht beschönigen. Es ist nicht gut gelaufen. Scheiße. Quatsch. Ich kann es alles beschönigen. Also, Bauer? Wunderbar. Äh, ja. Das wollte ich jetzt lieber nicht öffnen. Aber ich wusste auch nicht, wo der Läufer hin sollte. Sollte der nach H6? Wahrscheinlich. Ich wusste nach H6. Ich weiß nicht. Ich habe einfach keine Züge mehr gesehen. Ja, das ist natürlich immer gut. Oh, okay. Der Bauer auf D6 hängt auch noch. Aber es ist, ja. Er ist gut, denke ich, wir müssen ruhig verschenken. Wir müssen ja auch erst mal rein. Also, ich muss hier erst mal reinkommen. Springer? Okay, Springer. Okay, dann versuchen wir irgendwie mal da rüber zu kommen. Und ich muss einfach mal ein bisschen schneller spielen. Den Chat können wir zwischen Partien lesen, ja? Das ist das Beste. Springer? Wunderbar. Oh, Mann. Ist alles gut. Springer? Schach. Schach ist immer wichtig, ja? Schach muss immer gut sein. Dame? Turm? Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl. Turm? Turm. Springer? Kinder hin zum Glück. Weißt du, unsere erste Partien sind immer schwierig, ja? Ja. Turm? Turm. Okay. Perfekt. Suchen wir mal so. Jetzt läuft einfach der D-Bauer. Ja, Bauer. Okay. Ich hoffe einmal, der läuft jetzt durch. Ansonsten, ähm. Also, es ist noch ein Plan, ja? Ja, das ist halt wirklich der einzige Plan hier, ne? Stellung. Ähm, aber vielleicht funktioniert es, ja. Bauer? Es scheint zu funktionieren. Ähm, weiß ich nicht. Da müssen wir aufpassen. Bauer. Turm. Spielst du das alleine zu Ende? Ähm, okay. Ah. Nee, geht noch alles? Ja, es geht alles, ja. Perfekt. Ist noch in Ordnung. Yay! Also, gewonnen? Ja, ich habe... Perfekt. Warte mal, was ist im Chat los? Also, wie geht's? Hallo, 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 alle Seiten. Es ist noch nicht viel los. Heiß anscheinend. Alles Florian. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020